Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr werdet mit Patch 10.1.5 die Möglichkeit bekommen, das nicht mehr verfügbare T3 Set zu craften und somit euren Char in ein Set einzuhüllen, was es schon sehr sehr lange nicht mehr gibt. Die Möglichkeit steht Todesrittern, Mönchen und natürlich auch den Evokern nicht zur Verfügung. Demon Hunter natürlich dann auch nicht, weil das sind allesamt so Klassen, die es damals nicht gab. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie diese Sets aussehen und vor allem, wie ihr sie craften könnt. Denn das ist natürlich der Witz an der gesamten Geschichte. Wenn euch das Video gefällt und ihr auch in Zukunft keine News-Neuigkeiten verpassen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. Damit könnt ihr mich auch prima unterstützen. Vielen Dank dafür. Und damit schauen wir in die News. Es geht um folgende Sachen. Icy Veins hat das per Data Mining herausgefunden. Es gibt neue Crafting-Reagenzien, die mit dem aktuellen Craft-System funktionieren. Also in dem Fall wird es dann wohl sein für Schneider, Lederer. Die verarbeiten ja auch Kette sowie Schmiede. Das ist einmal Phylakta Weave. Das hört sich an wie so ein Stoff ähnlich. Und Warthorn Scrap. Wie man die Dinger bekommt, ist noch nicht ganz bekannt. Zumindest steht es hier nicht mit drin. Aber im Zuge dieser Items wurden auch neue Crafting-Spells gefunden. Einmal Cursed Cloth für Schneider. Die stellen Rüstung her für Magier, Priester und Warlocks. Languished Leather ist für Druiden und Schurken. Scourge Scales für Hunter und Schamanen. Und Undeath Metal ist dann für Paladine sowie Krieger. Also die Sets, die es auch in Classic gab. Damit könnt ihr dann folgende Rüstungsteile herstellen. Lamented Crusaders, Gauntlets, Belt, Helmet, Bracers, Spalters, Boots, Leggings und Chestpiece. Also alle acht Teile, die benötigt wurden für das originale T3-Set. Wie viel ihr am Ende von allen Währungen und so weiter bekommt, ist auch noch offen. Das Ganze wurde frisch per Data Mining herausgefunden. Aber damit könnt ihr schon mal davon ausgehen, wenn ihr eure T3-Set ergattern wollt. Und die Möglichkeit gibt es eigentlich aktuell ingame nur noch über das Black Market. Aha, da kann man immer mal Teile kaufen. Und die sind auch definitiv nicht für jeden erschwinglich. Oder ich zum Beispiel würde es auch gar nicht ausgeben wollen, so viel Gold. Aber so kommt ihr wieder in den Genuss des alten Sets. Wieso, weshalb, warum? War ja damals Naxxramas eigentlich eine Classic Raid-Instance. Dann wurde sie später zu Wrath of the Lich King rübergehoben. Die Sets da gab es dann als, ich glaube das war T7. Und die hatten so einen ähnlichen Look wie die T3-Sets. Aber halt nicht, ne? Es war nicht dasselbe. Und dementsprechend jetzt könnt ihr euch das originale T3 holen. Ihr seht jetzt mal hier ein Beispiel, das Druiden-Set für 25 Spieler. Hier das 10-Spieler-Set. Und jetzt blicken wir einfach mal auf die ganzen anderen Sets. Hier ist dann Druide, T3. Cryptstalker, das müsste irgendwie Schurke oder sowas sein, würde ich vermuten. Das sieht stark nach Magier aus. Dann das war Paladin, Priester, Krieger, Schamane, definitiv Schamane. Das ist sehr hässlich. Weiß nicht, Hexenmeister? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Todesritter. Und fertig. Allerdings, das ist das Todesritter-Set dann aus der Neuauflage von Naxxramas. Also alles in allem. Die Sets könnt ihr euch dann holen. Sind halt insgesamt dann neun Stück für die originalen Klassen. Hier gibt es das auch nochmal als Gesamtübersicht zu sehen. Ich poste den Link von WoWpedia auch gerne in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Finde ich, ist eine ganz coole Sache. Ich werde es mir definitiv holen. Zumindest versuchen. Wo man halt gespannt sein dürfte. Diese neue Ressource ist wahrscheinlich am ersten Mal arschteuer. Falls man sie überhaupt ins Aha setzen kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass das ein super Schnapper wird. Aber für Sammler definitiv nice to have. Damit, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen.